Hä? Ah, da oben ist das G. Äh, da oben ist das G, verdammt. Moment, und! Bäm! Ich komm nicht dran. Hallo, ich will an das G. Hallo, ich will da oben dran, Mann. Komm her! Ich schaff's einfach nicht. Brauche ich irgendwie ein Tierchen oder so dafür? Ich hab ja ein Tierchen schon, die ganze Zeit hier, um mich herum fliegen. Und mich die ganze Zeit anblenden. Jetzt aber! Ja komm, ich bin schon so oft nicht... Ah, endlich, ging doch! Boah, oh Mann, ich bin gleich selber blind. Oh. Cool. Ja. So. Mal hier sammeln. Ja, ich weiß, das lohnt sich nicht. So, guck mal, da muss man jetzt hoch, da kommt man dann zu dem Big Rambi. Aber es lohnt sich nicht. Weil in der Zeit, wo man da hinten hingeht... Also man muss ja erstmal ein paar Sachen sammeln, ne? Sonst kriegt man ja eh kein... Was bringt das, das Verdoppeln, wenn man nichts verdoppelt? Das Doppelte von nichts ist immer noch nichts. So, dann ist es viel effizienter hier, einfach mal das Level ganz normal durchzulaufen. Hier, vier Leben. Bei Rambi kriegt man eh mehr nicht. Vor allem kommt man oben nur dran, wenn man von ganz links dran, äh, aussehen geht. So. Und fertig. Bitte, 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 bitte. Yes! Yeah! Freu dich, Donkey Kong. Du hast es drauf. Du hast die dicken, haarigen Eier. Okay. 62. Hui. Das geht besser als gedacht. So langsam freiwillig bin, habe ich wirklich das immer nur mit 70% oder so geschafft? Da habe ich wahrscheinlich einfach immer nur so kleine Speedruns gemacht. Hey, ich habe dich gerade in die Schlucht geschmissen. Warum bist du nicht tot? Gut. Gut, dann habe ich wohl früher nie so wirklich gespielt, sondern einfach nur auf Zeit mal eben durch. Jetzt aber hoch, äh, runter. Hm, 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 hm. Dum, da, dum, da, dum. Ist da oben was? Nein. Hier ist auch nichts. Hm, 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 hm. Ich weiß, in solchen Level sind die... Verdammt. Die Bonuslevel irgendwo versteckt. In den Kanten und Ecken dieses Levels. Oder... So hier unten. Na du, wie geht's? Stirb. Ah! Doof, 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 doof. Na, komm her, komm her. Doof, 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 doof. Dum, 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 dum. Zack, und runter. Zack, und diesmal hole ich sie mir und komm wieder hoch. Jawohl. Boom. Boom. Ich hab jetzt noch kein Bonuslevel gefunden. Nein! Hm, 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 hm. Ich bin dum, 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 dum. Nein! Jo. Das... Ich weiß nicht, war das jetzt der schnellste Tod im ganzen Spiel? Das war... Raus aus dem Fass, tot, fertig. Jo. Raus aus dem Fass, tot, fertig. Ganz genau so. Gut, hier. Wow! Mo, 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 Moment. Da würde ich jetzt gerne mal was ausprobieren. Kann man da wirklich... ...einfach so da rein? Drauf auf dieses, auf die Plattform und dann einfach so drüber? Das ist mir ja nie passiert. Level, hast du was gegen mich? Nee, nicht Level. Nee, nicht Level. Didi, hast du was gegen mich? Ich will meinen Donkey wieder haben. Nee, will mein Donkey. Ich will meinen Esel. Denn Donkey heißt Esel auf Englisch. Da werde ich mich sogar ein bisschen nachdenken. Wie war das? Nein, 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 nein. Scheiß auf, ich gehe auf den Reifen einfach drauf. Äh, als der Entwickler von Donkey Kong... Äh, wie war das? Shigeru Miyamoto? Äh, schlag mich durch. Ich weiß nicht mehr. Irgendwer hat ihn jedenfalls entwickelt. Hat sich bei der Entwicklung gedacht. Äh, äh, als er das dann vorgestellt hat. Hm. Ich nehme ihn einfach... Oh, 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 oh. Nehme ihn in Donkey Kong. Und das ist dann so viel wie König der Idioten. Irgendwie sowas, glaube ich, war das in der Art. Nein! Boah. Mann. Hallo, ich will da unten ran. Hallo, ich will da unten ran. Hallo, ich will da unten... Dran! Mann. So, das brauche ich für ein Bonus-Level. Hundertprozentig. Hundert. Tausend. Okay, doch nicht. Äh, nehmen wir Expressor. Hatte ich eben schon. Dann muss ich das nicht direkt nochmal machen. Äh, nach Winky. Zack. Lalalala. Yeah. Lalalalalala. Ja, ja, Zwinker mir zu. Yes. Oh. Jump. Yeah. Bitte war's das, bitte war's das, bitte war's das. Nein. Äh, wer ist denn der Boss? Really gnaughty. Komm, machen wir den eben mal schnell. Ey, dich kennen wir doch. Gnaughty. Ach, jetzt kannst du hochspringen. Ja, stimmt ja. Zack. Und zack. Und bäm. Hö, 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 hö. Ja, hö, 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 hö. Ich lache mich auch gerade schlappig, dich besiege. Hö, 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 hö. Na? 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 Und tot. Moment. Hier, so. Bam. Ich hab Donkey mit zerquetscht. Donkey guckt so böse. Weil ich ihn nicht spielen lasse. Nö, 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 nö. Mach mal hier hin. Okay, hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Hier fehlt's noch. So. Bonus Level, wo warst du? Immer auf den Boden achten. Wer weiß, vielleicht sind hier wieder irgendwo hier so drei Pixel versteckt. Äh. So ein drei Pixel versteckt, ja. Na, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Nichts. Hm. Einfach in den Tod springen will ich genauso wenig. So, hier ist auch nichts. Nee. Nee. Äh, äh. Vielleicht ist es wirklich da. Wo ich ja meinte, ja, ich könnte jetzt einfach mal da reinspringen. Aber nein. Tue ich jetzt nicht. Äh, nein. Hier ist auch nichts. Da hinten irgendwo. Nein. Da ist auch nichts. So, erstmal tot mit euch. Hm. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Egal, ich krieg doch jetzt in einen Affen wieder. So. Das ist auch eine schöne Musik. Da ist das G. Tauschen. Jetzt habe ich hier nichts geachtet. Nein. 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 Ja, das kommt davon, wenn man gierig sein will. Wer gierig ist, wird mit dem Tod bestraft. Genau so. Gier ist ja auch einer der sieben Todsünden. Also, Leute, nicht gierig sein. Das ist eine der Todsünden. Ah, jetzt habe ich wieder geschafft, auf die Plattform drauf zu gehen. Wo, 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 wo. So. Aber, ich bin gierig. Gut. Gucken wir mal. Kommst du? So. Nein, ich will da nicht hoch. Ich will gucken, ob ich hier irgendwie ein Bonuslevel irgendwo finde. Nein, 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 Mann. Ich weiß nicht. Hier irgendwie drunter? Aber ich sehe da nichts. Hallo. Kommst du mal wieder, du dummer Aufzug? Wo ist das nur? Aha, danke. Obwohl, jetzt brauche ich dich auch nicht nicht... Nein. Jo. Wieder runtergefallen. Okay, nochmal rein. Wo könnte es sein? Wo könnte es sein? Vielleicht will ich doch anfangen? Mal kurz nachdenken können. Kurze Pause, Moment. Mal kurz... Hm. Au. Verdammt, wo war das? Oh. Zeit läuft auch ab, sehe ich gerade. Shit. Nein. Äh. Gut, dann machen wir das eben morgen zu Ende. Äh, ja. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao.